Gesprächspartner in Folge 7 von Coach Reporter ist Rainer Knutzen. Nach einer kurzen Vorstellung sprechen wir über den Auslöser für die Entscheidung von Herrn Knutzen, Coach zu werden. Danach unterhalten wir uns darüber, was Herr Knutzen meint, wenn er sich selbst als Richtungscoach und Webbegleiter bezeichnet. Herr Knutzen bietet derzeit sein Coaching ausschließlich für Männer an. Im Interview erklärt er, weshalb er sich für diese rein männliche Zielgruppe entschieden hat. Danach beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Rolle Web 2.0-Formate und soziale Netzwerke für seine derzeitige Coaching-Praxis spielen und wie er die weitere Entwicklung dieser Formate im Coaching-Bereich sieht. Zum Abschluss gibt uns Herr Knutzen noch einige Lesetipps. Das komplette Interview mit Herrn Knutzen finden Sie auf Coach Reporter unter www.coachreporter.de-007-reiner-knutzen Viel Spaß beim Zuhören und bis zum nächsten Mal.